Mit Hand und Herz So sehen Sieger aus. Im Rahmen der Grazer Herbstmesse wurde der Designpreis der steirischen Tischler vergeben. Und das bereits zum zweiten Mal. Na ja, schon beim ersten Mal grandioses Echo hätten wir nicht erwartet, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Heuer, noch einmal gewachsen, noch größer, noch schöner, noch qualitätvoller. Benannt ist dieser Preis nach dem englischen Wort für Handwerk, Craft. Die Vorauswahl der Stücke traf eine Fachjury. Den Sieger kürten die Messebesucher. Und nicht nur die sind fasziniert von diesem Handwerk und seinem Werkstoff. Mit Holz zu arbeiten, das ist schleifend, das riechen, das riecht mir da, wenn man da in der Kumbike liegt, das ist eigentlich das Schöne. Wirklich ausgefallene oder auch modernere Konstruktionen machen und das mit Holz. Das Rohstoff Holz ist ein besseres Werkstoff, das alles machen kann, was man braucht. Das ist das Beste, was ich in meinem Leben brauche. Preise wie dieser zeigen die fachliche Qualität unserer Tischler und sind Motivation für den talentierten Nachwuchs. Ich habe zum Beispiel die ganzen Lehrlinge, die ich ja seit vielen, vielen Jahren betreue, an und für sich wirklich gut motiviert dazu, einfach vor allem auch mitzumachen. Und das wirkt sich dann an und für sich aus im Design und die sind natürlich ganz glücklich, wenn sie mitmachen können. Natürlich auch traurig, weil nur drei dran kommen, aber dabei sein ist alles. Übrigens reicht die Bezeichnung Handwerk für das, was der Tischler leistet, schon lange nicht mehr. Wir sagen immer, Handwerk ist ein bisschen zum Kopfwerk geworden. Also der Kopf und die Hand müssen zusammenspielen und wenn das alles zusammen funktioniert, dann kommt was Gescheites raus. Dann kommen wirklich die schönen, die qualitätsvollen Sachen raus. Ein tagelanges Nachdenken über einen gewissen Entwurf und dann im September bin ich dann draufgekommen, dass ich eine Lege machen will und zu dem Resultat ist es dann gekommen. Die steirischen Tischler hier auf der Messe, wie wichtig sind Sie für die Herbstmesse? Die sind ein absolutes Herzstück auf der Herbstmesse. Das können wir belegen durch die Besucherumfrage, die besagt, dass 27 Prozent der Besucher der Grazer Herbstmesse ihr Interesse für diese Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände bekunden. Das ist ein hervorragender Wert. Eines zeigt der Craft Design Preis ganz deutlich. Das Handwerk des Tischlers hat Zukunft. Heute mehr denn je. Es gibt immer wieder doch viele, viele, die in ihr Heim investieren und sich es gemütlich machen, weil was gibt es Schöneres als am Abend heimkommen und ein gemütliches Zuhause zu haben.